wir haben jetzt sanke von sakai fish farm auch einen tancho sanke dabei auch die haben so als nicht sei so 60 bis 65 cm die waren es am meter daran sieht man eigentlich gut dass die schon sehr sehr gut gewachsen sind der hier hat das auge obendrauf auf dem rot ansonsten ist das auge klar als es nur um auf dem auge etwas farbe der hat sich super entwickelt hier auch so hat so mit dazu gekommen und genau an die richtigen stellen das ist auch noch gut unterlegt also sakai fish farm habe ich letztes jahr wirklich super keu gekauft also deswegen habe ich auch heuer noch einmal zugeschlagen weil die fische wirklich das geld jetzt sind wer hier was möchte kann sich gern melden wir machen natürlich hat dann gern noch einmal einzelvideo vom kauf damit ihr das seht kein problem